Mietet! Assalamu alaikum! Hey! Kann ich mir davon was kaufen? Äh, ich hab kein Geld, nur diese Glorocke! Hallo, Beitrim! Ich hab mir deine Tochter klar gemacht! Hoppa! Ein bisschen Musik! Hallo, Ronaldo! Kann ich Ihnen helfen? Äh, ich muss zu diesem Film! Oh, tut mir leid, Sir! Kein Einlass mehr nach dem Beginn der Vorstellung! Ich gebe dir gleich eine Bombe, verstanden? Ich spiele in diesem Film, ich kämpfe gegen Tanurse! Psst, jetzt kommt eine Star Wars Szene! Ich bin in Star Wars! Oh, nicht schlecht! Ich kämpfe wie Bruce Lee! Das ist also Doktor Oktar Vuzzi! Doktor Oktar Vuzzi, wie geht es heute meinen Lieblingswissenschaftlern? Oh, Helios Morny, wie geht's? Doktor, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen! Peitim Paosha! Paosha? Ich bin eine geniale Wissenschaftler! Genau! Ich muss los! Trinkt Scheißen! Wir sehen uns! Ich hab Dünnschiss! Peitim, bis morgen! Doktor, wo haben Sie studiert? Wer hat gesagt, dass ich studiert habe? Ist alles gelogen! Wer will etwas essen? Das ist meine Frau Sabile! Hallo! Du bist also Peitim! Du bist nicht sexy! Doktor, Sie wollen also zu einem Oktopus digitieren? Genau, Peitim! Ich will mich fusionieren mit einem Oktopus! Morgen wird mein Mann zu einem Oktopus digitieren! Kommen Sie auch! Doktor, wie haben Sie es geschafft klarzumachen, so eine sexy Frau? Du musst ihr zeigen deinen Bizeps! Wenn du einer Frau deine Bizeps zeigst, dann wird sie sich verlieben! Bizeps! Züm züm da hin, Spiderel meins! Spiderel meins! Spiderel meins! Spiderel meins! Spiderel meins! Hayde bismillah! Hoppa! Hä? Häh? AAAAAAAAHHHHH! Oh! Scheißendreck! Mein Arsch! Ist gebrochen! Hoppa! Schlatt ab! Hä? Scheiße, Dreck, ich bin blind! Ich kann nicht sehen! Dadurch ist der Term zweiter Ordnung in der Expansion von exakt dieser Ordnung die gleiche wie bereits vorher aus der Gleichung der Erste Ordnung abgeleitet und ergänzt. Was ist denn das? 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 Warum funktioniert dieser Scheißen-Telefon nix? Was ist das? Hey, Marigene! Hier ist Beidem! Ich glaube, du kannst mich nix hören, aber ich wollte dir nur sagen... Du bist echt sexy! Wollen wir was essen gehen? Bestimmt wirst du diese Nachrichten niemals hören! Ich liebe dir, Marigene! Aber du hast wirklich Mundgeruch! Geh mal zu Zahnarzt und putz du deine Zähne! Und ich bin Spider-Mene! Jo, Freunde, was gelabt? Wir haben das wiederhautig gefallen, Freunde! Freunde, das war ein neuer Spider-Man-Episode! Nichts vergesst zu liken! Commentieren! Und Glock aktivieren! Und Freunde! Wir machen immer noch! Wir benutzen einen von euren Namen! Deswegen schreibt euren Namen so viel ihr könnt in die Kommentare! Spammt einfach voll, Freunde! Und Glock aktivieren! Dann seid ihr vielleicht im nächsten Video dabei! Wir sehen uns dann am Freitag um 18 Uhr mit einem neuen Spider-Man wieder!